So. Hi zusammen und willkommen zu einem neuen Sonntagsvlog. Was ist diese Woche passiert? Das habt ihr gestern schon gesehen. Und zwar war ich mit Andi am Bodensee. Da haben wir für zwei Tage Urlaub gemacht. Wie es da abgelaufen ist, habt ihr im ersten Teil schon gesehen. Der zweite Teil kommt demnächst. Ich packe jetzt auch schon wieder die Sachen für einen neuen Urlaub. Aber den begleite ich nicht mit der Kamera. Jedes Jahr fahren wir da hin auf ein Festival. Und da wird sich der eine oder andere fragen, Woher hat der so viel Geld, der Mann? Naja, mit 29 Abonnenten kann man sich schon was leisten. Diesmal fährt Andi auch nicht mit, sondern bleibt zu Hause. Und ich versuche euch, so gut es wie geht, so über Instagram oder Twitter so auf dem Offenen zu halten, was gerade so abgeht. Vielleicht schicke ich euch ein paar Fotos noch dabei. Den zweiten Teil vom Bodenseevlog weiß ich noch nicht, ob ich den fertig kriege, aber wahrscheinlich eher nicht. Ich muss nämlich noch den Sonntagsvlog jetzt schneiden. Wir fahren nämlich morgen schon direkt los. Und das wird alles ein bisschen sehr knapp. Deswegen wird der kommende Sonntagsvlog auch ausfallen, wenn ich noch nicht da bin. Ich werde dann Montag erst wiederkommen. Ich versuche dann dann, so schnell wie es geht, dann den zweiten Vlog hinterherzuschieben vom Bodensee, dass wahrscheinlich drei Vlogs sein werden. Könnte sein, ja. Ich glaube drei. Und dann muss ich auch danach noch die Kinostadt-Highlights fertig schneiden. Und das kommt dann auch alles bei Zeiten raus. Bis dahin. Enjoy. The Entertainment.